Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf, präsentiert von Dukom21, Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Ich überlege die ganze Zeit, ob wir dieses Intro mal neu machen müssen, Michael, weil der Scherf ist auch in dieser Woche mal wieder verhindert. Gut, er hat wirklich viele Termine, muss ich zugeben, deswegen bin ich dann heute mal wieder da. Ja, Florian, pass auf, ich will dir was sagen. Bitte. Du weißt, der Mattes ist schon praktisch gesetzt, aber im Rahmen der Belastungssteuerung habe ich ihn jetzt mal freigegeben. Aber du hast das ja gut gemacht, der Tim, ihr habt es beide gut gemacht, wenn ihr da eingetreten seid. Die Fans waren sehr zufrieden mit euch, aber ja, doch, 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 es kamen immer auch positive Rückmeldungen. Ich habe das auch registriert, ihr habt euch da reingehauen, aber der Scherf ist noch eine Nase vorn. Also, pass auf, ich will dich nicht unter Druck setzen jetzt. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber nur so ein paar Zuschriften von letzter Woche, damit du weißt, dass es noch was geht. Also, fangen wir zum Beispiel mal an hier. Zum Beispiel schreibt hier Christian Kunevke letzte Woche, Schulz und Scherf, perfekte Doppelsex, passen sich die lustigen Sätze nur so um die Ohren, aber doch alles mit Sinn und Verstand, keine Podcast-Folge ohne zu lachen. Also, das ist mal, das ist mal was. Oder hier, Rupert Brodwig schreibt, ganzen Tag schon auf die Sendung gewartet, schön, dass es noch geklappt hat, danke, good vibes. Was immer das heißt, hoffentlich nichts versaut ist. Nein, 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 das heißt hier, gute Stimmung und sowas. Ja, also, siehste. Ja, also, dann hier auch mal, Manuel, unser Stammhörer hier, Dortmunder, 1980, klasse Folge wieder mal, hatte schon Angst, diese Woche kommt keine, weil Donnerstag ja eigentlich, wir waren ja letzte Woche Freitag drauf, ihr ja eigentlich immer kommt, aber so wurde der Freitag nochmal versüßt. Dem lang gute Besserung, vielen Dank, hat sich alles erledigt bei mir, wunderbar. Und zum Spiel morgen hoffe ich, dass die Mannschaft den gleichen Einsatz zeigt wie in Manchester, dann kann es keinen anderen Gewinner geben. Jawohl, Manuel, genau so war es. So, dann auch nochmal Moppy, als die Folge nicht zur gewohnten Uhrzeit da war, hatte ich schon die Befürchtung, der Schulze hat und hat der langen Woche gekündigt. Nein, habe ich nicht, also, du siehst, aber es war ja, es kam wieder positive Kritik, also, Junge, nimmst du als Anreiz jetzt. Ich will euch ja auch gar nicht auseinanderreißen, weißt du, ich fühle mich ja auch wohl so als, was ist das, drittes Rad am Fahrrad? Nein, nein, nichts, 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 nichts. Nein, 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 nein. Hier, der dritte Torwart, oder nee, der zweite Torwart, der auch mal ran darf. Naja, du hast ja das Wochenende quasi da schon in einem Kommentar angesprochen, also das Spiel, wir müssen ja ein bisschen ausholen tatsächlich. Es war Länderspielpause, also wir kommen jetzt gerade aus einer Länderspielpause. Davor war das Derby. Der BVB gewinnt 1 zu 0 zu Hause durch den Treffer von Yusufa Moukoko, verliert aber Kapitän Marco Reus. Also auch das müssen wir kurz mal gleich ansprechen. Wie hast du dieses Spiel erlebt, Michael? Ja, im Grunde tatsächlich so, wie ich es auch erwartet habe. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Ich war leider im Urlaub. Ja, ach ja, stimmt. Du hast ja auch noch verkühlt, auch das noch. Ja, ich habe hier den... Dankeschön. Deswegen auch Abstand, also du zu Hause, ich hier im Studio mit Ingvar T. Ja, ja, ja. Nein, also ich hatte ja gemutmaßt und wurde ja bestätigt, das wurde übrigens auch nochmal gewürdigt von Che Guevara, habe eigentlich gegen Man City-Spiel erwartet, dass wir Power für maximal 45 Minuten haben. Da hatte Schulz recht. Erste Halbzeit war zwar nicht schlecht, aber in der zweiten haben die Blauen nicht zu melden. Das hatte ich prophezeit, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass du echt nach so Belastungsphasen, wenn du echt im Arsch bist, dass du die erste Halbzeit, also jetzt nicht völlig im Einmal bist, aber es fehlen diese paar Prozente, diese Spritzigkeit, weißt du. Und man glaubt das ja eigentlich. Eigentlich denkt man, ja, wenn du jetzt ein paar Tage Pause hast, dann hast du 45 Minuten Kraft und dann brichst du in der zweiten Halbzeit ein. Ja, es ist, es ist, warum auch immer, es ist nicht so. Und so war es ja auch gegen Schalke. Also die haben schon gut gespielt, denke ich mal, erste Halbzeit. Und ja, und dann zweite Halbzeit war das ja kein Thema. Ich meine, 1-0 war jetzt wahrhaftig ein bisschen zu knapp, aber mein Gott. Was war denn für dich, sag mal, hast du das Spiel gesehen? Ach nee, du warst ja im Urlaub. Ja, ich habe das Spiel, ich habe das Spiel tatsächlich teilweise verfolgt, so schön auf dem Handy, auf dem Campingplatz mit LTE irgendwo im Nirvana. Ich habe zum Beispiel diese Szene mit Marco Reus, habe ich leider gesehen. Ja, ja, gut, die war scheiße. Ja. Gut, da konnte es ja, also da müssen wir jetzt auch sagen, ja Gott sei Dank ist nicht so viel passiert. Ja, scheinbar, ja. Ja, ja, also das ist, das sieht immer ganz übel aus, dieses Wecknicken des Sprunggelenkes. Oft ist es aber so, weil bei vielen Profis die Bände auch eh schon ein bisschen vorgedehnt sind, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich hatte das auch oft, manche haben so richtige Flattergelenke, ich auch, also ich hatte ein ziemliches Flattergelenk und habe meine immer beide voll getapet. Ich hatte die Füße praktisch wie einbetoniert, deswegen war ich auch manchmal nicht so richtig auf dem Ball, verstehst du? Vielleicht sind so die Fehler zu erklären. Nein, das sah also schlimmer aus offensichtlich, Gott sei Dank, als es letztlich war. Also ich würde ja, ja, irgendwann nach ein paar Wochen haben sie ja gesagt, drei, vier Wochen oder so vielleicht wiederkommen. Also Gott sei Dank, weil ich, wie gesagt, ich fand ihn in den letzten Wochen immer echt, echt stark. Ja, und dann, als er dann ausfiel, dachte ich, ja, 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 jetzt geht das wieder los. Aber ich weiß nicht, ob du es überhaupt gesehen hast. Was war für dich die geilste Szene, wenn du es auf dem Bildschirm, hast du auf dem kleinen, kannst du vielleicht nicht alles, hast du nicht so eine Erinnerung? Nein, das Problem war auch, ich musste dann los, weil dann war Abendessen. Ah ja, gut. Pass auf, weißt du, was für mich die geilste Szene war? Ja. Die geilste Szene war das Bild von Moukoko nach seinem Tor. Das habe ich gesehen doch hinterher, ja. Da gibt es ja auch tausend Bilder von jeder Zeitung war das ja. Weißt du, also das, das, oh, jetzt kriege ich mir ganz drauf. Ja, jetzt, wo ich es auch wieder im Gedächtnis habe, ja. Ja, es war überall, das Bild konnte ich ja sehen, wie er da steht und dieses, und das rausschreit, weißt du, das, wenn ich immer diese, diese ganzen hier, diese, diese geplanten Jubler, weißt du, von Modesta mit den Augen oder früher hier, wie hieß er nochmal da, der, der sich die Mützen da runtergelissen hat oder wenn sie dann ihre Trikots hochreißen mit irgendwelchen Sprüchen drauf und so, alles so geplante Dinger, ja, finde ich immer, ehrlich gesagt, immer relativ unwitzig, ja, weil es irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, Verarschung ist vom Gegner teilweise. Ist ja auch egal, ich weiß, also ich persönlich mag das nicht so, aber was ich mag, ist echte Emotionen. Und, und dieser, was, dieser Moukoko, dieses Bild, wie der da steht und, wie sagte er vorher, er hätte Wut im Bauch gehabt, weil er nicht gespielt hat, wie der das rausschreit, wie du das siehst, wie dieser ganze, der ganze Körper, von der Haarspitze, alles, was im Bild zu sehen war, wie das alles angespannt ist, das war für mich echt die geilste Szene im ganzen Spiel, ne, mal abgesehen natürlich von seinem Tor. Ja, das stimmt. Womit wir, ja, womit wir zum Thema kommen, ne, oder was wolltest du da sagen? Nee, ich muss nochmal sagen, du hast das gerade so abgetan, ja, ach Reus wird ja schon wiederkommen, irgendwie angeblich drei, vier Wochen, ja, aber ich sag mal so, als er da auf dem Rasen lag und auf den Rasen gehämmert hat, sich das Gesicht verdeckt hat, es kam mir so vor, also Sportler kennen ja ihre Körper, ne, also die wissen ja, was da passiert dann im besten, in den meisten Fällen sofort. Und für mich sah das so aus, er hat so das Gefühl, das war die WM, die WM ist gelaufen. Ja gut, das kann ja auch sein. Meinst du, dass er an die WM gedacht hat? Ja, oder zumindest, zumindest er, ich hatte so das Gefühl, dass er erstmal wieder jetzt lange weg ist, also nicht nur so drei, vier Wochen. Ich glaube, da denkst du an dem Moment, ich meine, ich habe ja auch schon ein, zwei, drei Verletzungen, weiß ich auch, also dass du da an irgendein nächstes Spiel denkst oder an übernächst, glaube ich nicht. Oder waren das wirklich die puren Schmerzen? Das sind, ja, das sind die Schmerzen, nein, aber das ist, nicht nur die Schmerzen, nein, das ist schon der Gedanke, scheiße, weißt du, jetzt, oh, wieder, weil eben gerade er, der ist ja nur. Immerhin jetzt irgendwie fast ein Jahr oder über ein knappes Jahr mal verletzungsfrei gewesen. Ja, aber davor, ich meine, der kennt das ja, dieses Problem, der ist ja schon, da ist er ja schon traumatisiert ein bisschen, glaube ich, ne. Und wenn du dann wieder so eine Aktion hast, hier, wie war das, da war doch hier letztens, wie hieß er nochmal, hier bei uns vom BVB, da warst du der mit seinem Knie da, der, ähm. Morey? War das Morey? Der, der wieder ausfällt jetzt ein Jahr? Ja, genau, Morey, ne, war das, genau, ja. Na, da hast du natürlich, der hat ja Tränen in den Augen gehabt, ne, das ist nachvollziehbar, ich meine, junger Spieler, da geht's vielleicht noch. Aber, ähm, ja, das ist schon der Schmerz, zum einen, ähm, bei, bei ihm gewesen, aber ich glaube, dass es, ähm, so, auch dieses Gefühl war, boah, scheiße, jetzt wieder, ne, gerade jetzt, ne, wo wir vielleicht, ich meine, ein paar Gedanken hast du dann schon, ne, es läuft gerade so gut, ne, bist vielleicht oben dran und so und jetzt, und dann noch gegen Schalke und dann, das ist so ein allgemeines Scheißgefühl, einfach, also das kann ich schon nachvollziehen. Ja, zu Recht. Aber das Gute am Sprunggelenk ist immer tatsächlich, ähm, das tut brutal weh im ersten Moment, das schwillt ja auch oft ganz stark schnell an und, ähm, oft ist es ja dann tatsächlich nur irgendwie gedehnt, ja, oder irgendwie dann, dann ist die Kapsel gerissen oder so, also das ist alles, alles Dinge, die, die sich im Rahmen bewegen, ne, also, auf jeden Fall, also ich wünsche mir, oder du sicherlich auch wünschst eine gute Besserung. Absolut, natürlich an, an, an dieser Stelle auf jeden Fall und hoffentlich, dass es wirklich bei drei, vier Wochen, das heißt, es sind jetzt ja nur noch zwei, drei Wochen wirklich bleibt, obwohl, vielleicht, vielleicht, vielleicht lieber ein, zwei Wochen länger, äh, Ruhe gönnen und dann, äh, fitter wiederkommen. Das haben wir früher auch nicht gehabt. Ja. Wurde nur eine Voltaren eingeworfen und dann geht's wieder. Wenn nichts, wenn nichts gerissen ist, wenn nichts gerissen ist, geht's schon, ja. Gut, sagt der Mediziner Michael Schulz. Ja, und deswegen hatte ich auch die Magenprobleme letzte Woche übrigens, aber das nur am Rande, ey. Nein, aber das Spiel selber fand ich ja schon, das war schon nach dem, nach, nach diesem Dämpfer in, 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 in der Champions League, weißt du, in diesem Unglücklichen in der Niederlage, dann musst du dich dann nach ein paar Tagen wieder raus und dann ausgerechnet gegen Schalke, aber die haben echt ja keine Chance. Ich hab mir mal, ich hab mir mal jetzt auch nochmal im Nachhinein die Daten nochmal reingezogen. Also das ist, also auch das ist eigentlich nur das, was man auch so, ähm, praktisch gesehen hat, aber das war schon teilweise, äh, super, ne. Also zum Beispiel Torschüsse, 17 zu 3, ja, für den BVB. Passquote 82 Prozent ist sehr gut, äh, Schalke nur 64, das ist wieder ein gutes Zeichen eigentlich für das, äh, sehr gute Defensivverhalten der Mannschaft. Dann Ballbesitz 67 Prozent, Zweikampfquote 60 Prozent, ja, also das ist schon, ähm, und, was hab ich noch, achso, da hab ich mir ein paar, also das ist schon super, ne, also die Gesamtleistung, muss man sagen, das spiegelt, glaube ich, das Spiel wieder und alles. Alles andere als ein Sieg, also eigentlich ein höherer Sieg, hätte es sein müssen, alles andere als ein Sieg wäre sicherlich ungerecht gewesen, ne. Aber dann hab ich mir mal zum Beispiel Hummels mal angeguckt, ne, der läuft ja, gut, Abwehrspieler, der läuft eh nicht so viel, 10,15 ist normal, Durchschnitt, aber Passquote 88 Prozent, Zweikampf 89 Prozent. Boah, ich hoffe, er hat jetzt nicht nur, also ich schätze mal, er hat nicht nur drei Zweikämpfe geführt. Nein, nein, das bestimmt nicht, aber auch dann wären es 89 Prozent, ne, also, er schreibt jetzt hier auch übrigens, der Christian Kuneff gefällt mir gerade und schrieb, vielleicht ist Hummels jetzt so stark, weil er jetzt Druck von der Bank von Schlotti und Sühle hat, ey. Ja, ja, klar. Ja, wer weiß das, ne, aber gut, also Hummels, ich fand, die Routine ist einfach nicht da, also das macht ihm keiner was vor. Oder er ist nochmal heiß auf die WM. Ja, da ist ja jetzt ja ein Thema, ne, heute kam es raus, ne, also heute, wir müssen sagen, es ist Mittwochabend, da ist es nicht anders, weil ich wieder nicht anders kann, ja, ich muss leider privat weg, egal, auf jeden Fall, das war schon echt gut. Und da habe ich mir nochmal hier unseren Freund, erstmal habe ich mir Modest angeguckt, also 64 Minuten, also über zwei Drittel, 6,5 Kilometer ist bei ihm normal, ist auch nicht schlecht, also das ist okay. Ballkontakte, 14, 14 Ballkontakte, Pässe, Pässe, sechs, sechs Pässe und davon drei Fehlpässe, Zweikampfquote, 30 Prozent, Torschüsse zwei, in fast 65 Minuten. Und jetzt habe ich mir dann zum Vergleich mal unseren Freund Moukoko reingetan, den Derbyheld, ne, 26 Minuten gespielt, 3,27 Kilometer, also auch jetzt nicht, also damit wird er jetzt kein neuer Marathon-Weltmeister, aber für den Stürmer ist es normal. Kommen wir 26 Minuten? Ja, ja, ja gut, aber wenn du das hochrechnest mit den 6,5 von Modest, das ist auch nicht viel mehr, ne, aber es ist ja nicht schlimm, also es kommt ja nicht darauf an, wie viel du läufst, sondern dass du auch richtig läufst, ne, und die Stürmer laufen halt logischerweise vorne und eh nicht so viel, aber Ballkontakte 10, wir hören nochmal kurz, oder wir erinnern uns, Modest, 14. Das ist ein Unterschied dann. Viel Zeit, ja, dann drei Pässe in der kurzen Zeit, Modest hatte sechs, aber er hat nur einen Fehlpass gehabt, aber jetzt kommt es 50 Prozent Zweikampfquote, das ist super für den Stürmer, Modest hatte 30 und Torschüsse, das ist das Allerwichtigste, Torschüsse vier. Ja. Du erinnerst dich, Modest zwei, ja, also da ist ein bisschen ein Unterschied, also, und da haben auch unsere, hier, unsere Kommentatoren, haben auch, fangen jetzt auch langsam an, an Modest rumzumeckern, ja, Tom Schmid schreibt das auch, Modest muss weg, ja gut, so weit sind wir noch nicht, aber... Aber, äh, ich bin, ich hab ja auch vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, wann es war, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ich glaube, es müsste so vier Wochen her sein, fünf Wochen, äh, da hab ich ja die These aufgestellt, der Modest macht keine fünf Tore für den BVB in seiner Zeit. Ja. Und ich bin da immer noch gut dabei, glaube ich, also, er hat jetzt Eintreffer... Hab ich ihm widersprochen? Nee, 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 ich wollte es nur nochmal, auch nochmal, äh, damit sich alle noch dran erinnern. Gut, also, wie gesagt, eine Eingewöhnungszeit, ähm, muss man jedem zugestehen, insbesondere, wie gesagt, wir haben ja schon öfter jetzt über ihn kurz gesprochen, deswegen wollen wir uns jetzt nicht zu sehr ausarten lassen, äh, oh, gerade als Mittelstürmer, da bist du natürlich abhängig von deinen Nebenleuten und von der Spielweise und so weiter, aber, ich mein, wenn du eh nicht viel machst, also, defensiv macht er ja praktisch nix, ja, da muss man mal ganz deutlich sagen, null, null Komma, nichts, und wenn du natürlich dann, er hat nicht viele Chancen, aber die müssen dann aber zu einem hohen Prozentsatz wenigstens sitzen, ne, und da ist die Quote auch eher mäßig, ehrlich gesagt, ne, also, alle haben ja natürlich gehofft, ich auch, ne, nach dem 1-0-Siegtor, nach dem spielentscheidenden Tor bei Hertha, ja, dass er jetzt, sagen wir mal so, der Bann gebrochen ist, ne, dass er jetzt, äh, aufhintert, aber, puh, scheint noch nicht so zu sein, aber vielleicht ja, äh, jetzt am Samstag gegen seinen Ex-Klub. Wenn er denn spielt. Wenn er denn spielt, ja, stimmt, so langsam, ja. Ja, ist die Frage, ne, musst du Mokoko spielen lassen, nach der Leistung jetzt, nach dem? Ja, vielleicht, also, ich weiß ja nicht, was er im Training gezeigt hat, aber vielleicht einfach mal so von Anfang an, um ihm zu zeigen, äh, Junge, äh, du bist da, und, äh, er kann ihn dann ja immer noch runternehmen, nach, weiß ich nicht, 60 Minuten. Ja, vor allen Dingen, ich meine, gut, der ist, ich meine, der ist 17, und der muss nicht jedes Spiel von Anfang an machen, brauchen wir nicht überreden, ist er jetzt auch nicht, dass er jetzt, äh, dass du jetzt in Ohnmacht fällst, ja, vor lauter können, ne, aber er ist schon auch ein belebendes Element, ja, natürlich eine ganz andere Art zu spielen, wie so ein Modest, aber, ähm, er hat ja das, er hat ja seine ganze, sagen wir mal, wie soll ich sagen, seinen, 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 seinen Schrei, ja, und seine Leistung auch mit Wut im Bauch erklärt, ja, dass er praktisch wütend war, dass er nicht gespielt hat, ja. Ich meine, wenn das für Mokoko gilt, wieso kann das nicht auch für Modest, gell, kann man sagen, weißt du, was ich meine, ja, ich meine, er ist ein erfahrener Spieler, der hat letztes Jahr 20 Buden gemacht, er hat jetzt aber, was, sechs Mal Chance gekriegt von Anfang an, hat im Grunde, er hat er ein bisschen, aber ansonsten, wenn man mal ehrlich gesagt, null überzeugt, jetzt stehst du natürlich als Trainer in der, vor der Frage, gibst du dem jetzt noch mehr Chancen und versuchst ihn jetzt endlich in die Reihe zu kriegen und, 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 und die Mannschaft auch auf ihn einspielen zu lassen, dass er, weil er danach vielleicht nochmal zehn, 15 Buden macht, ja, oder lässt du jetzt den Jungen an, weil er sich's verdient hat, ja, weil er mit Wut im Bauch gespielt hat, weil er's rausgehauen hat und verlangst das Gleiche von dem Älteren, kann's ja auch sagen, ne, also ich meine, ich, ich möchte jetzt nicht in Edin Terzic so ausstecken, aber das sind natürlich die beiden Optionen, die du bei den beiden hast, ne, ich meine, es kommt natürlich auf die Taktik an, wie sieht der Gegner, wie spielt der Gegner, ja, brauche ich da eher einen Quirligen, der in die Zweikämpfe geht oder, oder stelle ich da einen rein, der ein Tor macht, oder Modest gegen Köln, ja, ist ja da super motiviert, könnte auch ein sein, ein Punkt sein, ne. Also wissen wir alles nicht, ne, aber auf jeden Fall ist das natürlich ein interessanter Fakt schon mal, wenn man auf das Köln-Spiel sieht, ne, aber jedenfalls gegen Schalke, ich glaub, da brauchen wir nicht drüber zu reden, hat ja auch kein Schalker irgendwas gesagt, aber übrigens eins wollte ich noch sagen für den Schalke-Spiel. Abschließend. Ja, abschließend, was mich ganz, ganz, ganz doll gefreut hat, das Fanverhalten, hab ich sehr gefreut, und zwar von beiden Seiten, ja, ein Derby, ja, Derby-Stimmung und alles, alles top, aber, ja, aber kein Theater, keine Prügeleien, ich mein, gut, ich glaub, Bengalos hatten sie auch wieder, das kann ich auch nicht leiden, aber, nein, darf man eigentlich nicht akzeptieren, aber gut, das scheint mittlerweile Standard zu sein, aber, aber sonst, ja, das, das gab kein größeres Theater und so, alles im Rahmen, ja, und das ist ja, wenn du siehst, was da in Europa los war, die, die vor zwei Wochen, Frankfurt und Köln, ne? Ja, Frankfurt, genau, ja, Köln, das ist ja jetzt für das nächste Spiel auch nicht ganz, ein bisschen Ausschlag geben vielleicht sogar, ne, oder ein kleiner Fakt, ja, also da muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen, also da möchte ich an dieser Stelle nochmal meinen Lob aussprechen, an die Fans im Allgemeinen, das war echt klasse. Vielleicht hatten auch einfach alle mal wieder Bock nach, ja, einem Jahr ohne Schalke in der Liga, dann das zweite Jahr davor war ja nur ohne Zuschauer, einfach mal wieder mit vollem Haus einfach so ein geiles Spiel zu sehen. Ja, das hatten sie offensichtlich, Gott sei Dank, ja, und auch das zu unterstützen, weil ja, also ich war jetzt ja nicht da, muss ja eine Megastimmung, oder war ja eine Megastimmung, das kann man ja selbst am Fernseher mitkriegen, aber warum geht das nicht so, weißt du, das ist doch viel schöner als dies rumgekloppert, die Stimulose, ja, gut, das ist ein Thema, das werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mit uns tragen, ja, naja, gut. Aber wir haben, Köln, wir sind ja quasi schon jetzt im aktuellen Spieltag drin, obwohl wir ja eigentlich auch noch auf die Bayern gucken müssen. Ja, also wir sollten noch ein, zwei Blicke zurückwerfen. Dann fangen wir doch mal mit den Bayern an. Die sind das, die Krisen-Bayern jetzt hier, ne, vier Spiele in Folge ohne Sieg, drei Unentschieden, die Niederlage gegen Augsburg. Ich könnte jetzt ein bisschen polemisch fragen, wackelt Julian Nagelsmann. Ja, gut, wenn du die Bild-Zeitung liest, dann wird ja schon da einiges immer wieder rausgehauen. Kommt jetzt Thomas Tuchel? Ja, gut, ich weiß nicht, ich kann es mir am besten nicht vorstellen. Es ist ja so, sagen wir mal, also, jetzt haben sie ein paar Mal verloren, natürlich freue ich mich darüber, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich die Tabelle jetzt vor mir sehe, ja, dann sehe ich die an fünfter Stelle, aber sie haben zwölf Punkte. Der BVB leider als Zweiter auch nur 15. Ja, drei Punkte. Und Bayern hat übrigens noch Torverhältnis besser, ja, plus elf besser als wir. Also, die haben 13, wir zwei, ja. Also, es ist leider immer noch, obwohl die jetzt schon so verloren, deswegen, wenn ich an dieses Werder-Spiel denke, ja, was wir da so völlig sinnentleert hergegeben haben, dann überlegt mal. Ja, absolut. Ja, dann hätten wir jetzt übrigens 18 und wären Erster. Und dann hättest du schon mal sechs Punkte vor, ja. Und das in einer Phase, wo man nicht weiß, ist es jetzt eine Krise in Bayern oder ist es keine? Das ist ja das, was wir alle nicht wissen. Ich meine, das Gute ist ja, in so einer Länderspielpause, bei den Bayern, da trainieren nicht mehr viele, da sind ja die meisten weg, die Länderspiele. Ja, stimmt, ja. Das heißt, ja, weiß ich nicht, ist es gut, das komplett abzuhacken, zu vergessen. Aber du kannst natürlich auch nicht viel daran arbeiten. Die kommen jetzt wieder und dann, ja, jetzt haben die ein paar Tage, aber... Naja, es geht ja, für die geht es jetzt am Freitag schon direkt los. Genau. Gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen. Ist ja jetzt schon, ja gut, also quasi zwei Krisenteams gegeneinander. Ja, also bei den Bayern, wie gesagt, vor einer Krise, ja, dass das jetzt nicht super läuft, ist auch klar, aber wenn du wieder dieses Champions-League-Spiel gesehen hast, dann denkst du dir, ja gut, dann haben sie sich da ein, zweimal verzockt oder, weißt du, wo war das Spiel? Ach, gegen Gladbach, wo der Sommer da gehalten hat wie ein Weltmeister. Ich meine, gegen... Gegen, wen haben sie da noch, was, 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 gegen Augsburg? Ach ja, der Torwart ja auch. Augsburg haben sie verloren, ja. Ja, ja, aber auch jetzt hier gegen Augsburg, der Torwart, der hat ja auch gehalten. Wir finden das achtarmige Kranke. Die haben wohl ein bisschen Pech immer, die Bayern in dem Moment. Gut, also wir wissen noch nicht, ob es eine ausgemachte Krise ist. Auf jeden Fall ist es eine gute Chance, jetzt ein bisschen Bodengut zu machen, wenigstens. Ja, absolut. Wir wissen ja nicht, was noch passiert. Und wenn du den Spieltag gesehen hast, Hoffenheim gegen Freiburg jetzt, man muss ja mal sagen, Dritter gegen Vierter, also der letzte Spieltag wohlgemerkt, 0-0. Auch gutes Ergebnis für uns, beide unentschieden. Also gegeneinander unentschieden, das ist top. Und dann Union, da müssen wir Union sprechen. Union, Tabellenführer mit zwei Punkten vorm BVB, fünf Punkte vor den Bayern. Ist das nicht unfassbar? Ich hatte letztens nochmal so einen Verlauf von denen irgendwo gesehen, mit hier Aufstieg in die Liga, dann Klassenerhalt, dann in die Conference League, dann nochmal Klassenerhalt natürlich in die Europa League und zack, jetzt auf einmal Tabellenführer. Also was ein Aufstieg. Und jetzt verlängert, heute übrigens. Urs Fischer hat verlängert, komischerweise. Der hat extra noch auf uns gewartet. Ja, genau. Und jetzt kommt, da fragt man sich natürlich, der ist ja jetzt auch schon, glaube ich, vier Jahre da, zahlt sich Konstanz vielleicht doch aus? Auch, ich meine, diese haben ja eigentlich immer über Level gespielt, aber trotzdem, ja, an einem Trainer festhalten, irgendwie, weiß ich nicht, ist es vielleicht besser? Doch besser, als jedes Jahr einen auszutauschen? Mit Sicherheit, also das... Ja, gut, mit Sicherheit. Ich meine, das nächste Beispiel ist ja Christian Streich in Freiburg. Da ging es rauf und runter, aber sie haben an ihm festgehalten, weil sie überzeugt war, dass es ein guter Trainer ist. Und ja, also die Frage müssen sich natürlich, ja, fast die anderen 16 Klubs müssen sich die fast stellen. Weil dann sind die Trainer ja rauf und runter. Also das ist echt, also Trainer ist echt ein Thema. Heute kam ja auch dann neben Urs Fischer. Achso, ich wollte nochmal kurz zu Union Berlin. Ja. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, gegen wen die gespielt haben alles. Ist ja auch nicht so, dass sie jetzt nur gegen die Tabellen hinteren gespielt haben. Also da war, die haben in Mainz, haben die gespielt, zum Beispiel. Die haben gegen Bayern ja unentschieden gespielt. Die haben auch in Köln gewonnen. Das sind auch alles nicht so Mannschaften, die jetzt irgendwie da zum, als Futter taugen. Das sind schon alles Teams, die sich da Mitte und oberes Drittel bewegen. Und da musst du erst mal, da musst du erst mal 17 Punkte holen. Ja. Gut ab, da muss man wirklich sagen. Aber auch Freiburg, Platz 3? Naja, Freiburg ist ja sowieso jetzt seit, auch jetzt seit zwei Jahren. Letztes Jahr waren sie auch schon super. Hoffenheim ist natürlich überraschend, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Breitenreiter macht einen guten Job, richtig gut. Hätte ich nicht erwartet. Nee, hätte ich auch nicht erwartet. Also was im Moment los ist, wenn du die Tabelle so anguckst. Und wenn du siehst, was da unten rumkraucht. Gut, Bochum hat ja jetzt auch den ersten Punkt geholt, Gott sei Dank. Also wir hoffen, dass sie sich auch wieder ein bisschen fangen geht. Jetzt mit einem neuen Trainer. Ja, genau. Also da ist noch was drin, sicherlich. Aber Wolfsburg, 17. Da kommt natürlich heute auch die Meldung, dass Niko Kovac, also von Jörg Schmattke, also die Unterstützung hält. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Der Manager, dir seine Unterstützung zu sagen. Also ist der nach dem nächsten Spiel weg, wenn sie das verlieren. Ja, zumindest ist es kein gutes Zeichen. Also ich würde an Niko Kovac Stelle, würde ich sehen, dass ich das nächste Spiel gewinne. Ja, das wäre wohl was. Das Spiel zu Haus gegen Stuttgart, da ist was drin, weil die sind übrigens so Tabellennachbarn. Also da läuft es ja auch nur suboptimal, muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen. Also da ist schon echt was los in der Liga im Moment. Wenn du guckst unten, Wolfsburg, Stuttgart, Leverkusen unten. Dann Schalke, Hertha, Leipzig. Leipzig auch letzte Woche in Gladbach. Da hat sich das Ding wieder umgekehrt. Der gute Marco Rose eine Woche vorher, ausgerechnet gegen uns, haut da 3-0 Sieg raus. Und jetzt geht er zu seinem Ex-Klub und kriegt eine 3-0 Klatsche. Ja, das ist auch alles nicht von dauernd. Lieber andersrum gebraucht, ne? Lieber andersrum, ja. Also Leipzig auch da unten. Und dann geht es schon um das Mittelverloten mit Augsburg, Werder und Köln. Und Mainz. Also es ist schon, Frankfurt überraschenderweise finde ich auch. Macht sich da noch gut. Also Tabelle im Moment ist echt spannend. Frankfurt hat sich so ein bisschen aufgerapft, ne? Also die standen ja auch am Anfang erstmal ziemlich weit unten. Genau, die hatten einen relativ schlechten Start. Wir haben immer noch erst sieben Spiele, ne? Ich sage ja schon immer, nach dem zehnten Spiel mache ich den ersten Strich. Dann denke ich immer so, da hast du ungefähr eine Tendenz. Also haben wir noch drei. Aber ja, im Moment ist es echt wild. Also da kann noch einiges passieren dieses Jahr. Also könnte ein spannendes Jahr werden. Vor allem, wenn die Bayern so weitermachen, ne? Wir hoffen es. Übrigens Trainer, bevor wir gerade von Trainern sprechen, da fällt mir eine Geschichte ein von letzter Woche. Da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Hast du das mitgekriegt, dass die Nationalspielerinnen von Spanien zurückgetreten sind, weil sie den Trainer nicht mehr wollen? Ja, zumindest einige, ne? Also 15 Stück oder sowas. Naja gut, das sind ja fast alle. Das ist ja, wo kommen wir denn jetzt da hin? Ja, das hat ja den Hintergrund, dass die wohl alle irgendwie bei Barcelona spielen und da erfolgreich sind und dann jetzt aber bei der spanischen Nationalmannschaft irgendwie ein Spiel nach dem anderen verlieren. Mit der Begründung ja, dass der Trainer nicht vernünftig trainieren kann. Ja, ja. Und auch taktisch alles falsch macht. Ja, ja, aber die Spielerinnen von Real Madrid, die trauen sich nicht zurückzutreten, weil der irgendwie Verbindungen zu Real Madrid hat. Ja, pass auf. Also es ist ganz, ganz wild. Also gut, dass es das nur bei den Frauen gibt. Also wenn das, ich weiß gar nicht, wie es ausgeht. Noch gibt es ja, glaube ich, kein Ergebnis. Also der Verband steht ja noch hinter dem Trainer. Ich meine, wo kommen wir da hin, wenn die Spieler, beziehungsweise jetzt, also wir sagen jetzt mal Spieler, Schrägstrich oder Punkt oder Sternchen innen, wenn die nicht mit dem Trainer klarkommen, sagen die, wir spielen nicht mehr. Also da gibt es ja auch andere Optionen. Also das finde ich schon echt einmalig. Also ich frage mich auch, wie jetzt der Verband, normal muss der Verband sagen, Leute, pass auf, ja, dann schüss. Das kannst du natürlich mit Profispielern nicht machen, die haben ja einen Vertrag. Aber mit Nationalspielern, dann bist du ja, 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 dann gute Reise, alles Gute in der Zukunft unter der Nationalmannschaft. Wir machen weiter. Du kannst dich doch nicht erpressen lassen. Also auf diese Art und Weise. Ich meine, wenn das nicht stimmt zwischen Mannschaften und Trainern, natürlich kannst du dann zum, was weiß ich, zum sportlichen Leiter oder zum Verantwortlichen, sei es beim Verein oder beim Verband gehen und sagen, Leute, pass auf, wir kommen nicht klar mit dem Trainer. Das hat es ja schon immer gegeben, das wird es auch immer geben. Und das ist ja auch korrekt. Und wenn die aber sagen, nee, wir finden es alles Gutes ja, dann hast du dich eigentlich zu fügen. Ey, wie kommen wir hin, wenn jetzt die Spiele anfangen zu streiken oder sowas? Ja, der Spanische Verband hat sich dazu auch schon geäußert tatsächlich. Also es ist wohl so, dass den Spielerinnen jetzt eine zwei- bis fünfjährige Sperre droht, eventuell. Und dass die jetzt nur in die Nationalmannschaft zurückkehren können, wenn sie ihre Fehler akzeptieren und um Verzeihung bitten. Ja, genau, ja, finde ich okay. Weil es geht einfach, das geht nicht. Da gibt es andere Wege, da muss man sich dann, wie gesagt, mit den Vorgesetzten da unterhalten. Irgendwie muss man einen anderen Weg finden, aber zurückdrehen und eine Erpressung machen. Das ist also, also da fehlt mir jegliches Verständnis für. Gut, dass es nur bei den Frauen passiert ist, Gott sei Dank. Mit streikenden Spielern hat der BVB ja auch schon Erfahrung gemacht. Ja gut, das ist ja der Einzelne, gut, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte, da habe ich aber die gleiche Meinung. Ja, klar. Weil ich kriege so viel Geld und da habe ich immer alles zu geben. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann kann ich mit jedem darüber sprechen, aber zu spielen habe ich immer das möglichst hundertprozentig. Auch wenn es natürlich, wenn man sich nicht wohlfühlt, nicht so einfach ist. Aber wie gesagt, das sind Gespräche. Nee, da kann ich, also diese Streikerei, da kriege ich ganz schlechte Laune. Ganz, ganz schlechte Laune. So, dann wollen wir das schnell mal abhaken und wir gucken jetzt hundertprozentig auf das nächste Spiel. Das ist Köln, also der nächste Gegner ist Köln und mit denen kennst du dich ja auch so ein bisschen aus, deswegen erwarte ich jetzt schon so ein paar heiße Fakten von dir über Köln. Heiße Fakten erwartest du? Ja, also was soll ich sagen? Ich habe mir natürlich das mal alles genau angeguckt. Tja, Kölner stehen immerhin auf dem neunten Platz, zehn Punkte, elf zu acht Tore. Die haben also, Torfeld ist noch eins besser als der BVB, 15 Punkte und neun zu sieben Tore. Und ja, Köln macht eigentlich, finde ich, einen guten Job. Vor allem, wir erinnern uns, dass die, die haben da so einen wichtigen Spieler verloren. Wer war das noch? Irgend so ein Stürmer, oder? Ja. Ich weiß es nicht, aber die haben auch eine Mittelfeld verloren. Ja, das war das, glaube ich. Also, muss man ehrlich sagen, wenn das der jetzt weg ist, da hätte man schon gedacht, boah, das haut die irgendwie zurück. Aber nein, muss man ehrlich sagen, die machen einen guten Job. Also, wenn du siehst, die haben gute Ergebnisse erzielt. Und wenn wir das jetzt mal auf das Spiel jetzt gegen den BVB projizieren, also die Heimspiele jetzt mal beobachten. Wir spielen ja in Köln. Ja. Gut, das erste Spiel gegen Schalke 3-1 gewonnen. Das ist jetzt nicht so ein super Wunder. Dann haben sie gegen VfB Stuttgart zu Hause 0-0-0 gespielt. Und haben dann gegen Union Berlin zu Hause 1-0 verloren. Also, 1 gewonnen, 1 verloren, 1 unentschieden. Hatten jetzt erst drei Heimspiele. Ist jetzt nicht so, sagen wir mal, dass man Angst haben muss. Erst mal. Insgesamt ja auch erst eine Niederlage, ne? Jaja, ja. Also, wie gesagt, sie haben sich gut geschlagen, haben viel unentschieden. Dann gegen Frankfurt 1-1, in Leipzig 2-2 zum Beispiel. Jetzt gegen Bochum. Das muss man aber jetzt nicht unbedingt als positives Ergebnis treffen. 1-1 in Bochum. Das ist auch nicht jetzt überrangend. Aber, ja, die machen einen guten Job, muss man sagen. Also, nach diesem Modest-Weggang. Und jetzt ist Uth vielleicht schon wieder im Training, glaube ich. Jetzt fängt wieder an, das war ein wichtiger Spieler. Der war jetzt sieben Wochen verletzt. Vielleicht hat er auch wieder eine Chance zu kommen. Also, mag alles sein. Aber, und jetzt kommt das Aber, was wir da für einen BVB sprechen könnte. Das will ich hören. Das waren die eine mega Finanzlücke offensichtlich. Die haben letztes Jahr 15 Millionen Minus gemacht. Das kam diese Woche auch raus. Das heißt, es wurde ja auch schon überall kolportiert, dass sie dann vielleicht noch auch wichtige Spieler, alte Spieler, die viel verdienen, loswerden müssen und wollen. Oder Verträge nicht verlängern können. Das ist natürlich, sagen wir mal, in so einem Kader auch jetzt natürlich ein Gesprächsthema. Gerade die Alten. Wenn da so ein paar sind, die wissen, oh, ich bin einer der Großverdiener. Und dann weißt du schon, nach so einer Meldung, wenn ich jetzt nicht mega Leistung zeige, bin ich vielleicht im Arsch. Also, das ist schon alles möglich. Also, das ist sicherlich nicht positiv für so ein Spiel. Und dann kommt die Fanrandale dazu. Die haben ja jetzt zweimal auswärts, müssen sie ohne Fans spielen Europa und haben noch eine schöne Strafe dazugekriegt bei dem E15 Millionen Minus. Also, das ist so. Alles im Moment läuft so ein bisschen unrund jetzt in den zwei freien Wochen. Also, es ist nicht so, dass jetzt der BVB auf einen Verein trifft, wo es jetzt alles rund läuft. Das ist auch klar. Und dazu, jetzt kommen wir mal wieder noch zu einer anderen positiven Geschichte. Die Historie. Ich habe mir mal so die letzten zwölf Spiele rausgesucht. Also, wohlgemerkt, die letzten zwölf Auswärtsspiele, also in Köln. Also, das sieht nicht so schlecht aus. Das Verhältnis ist sechs, also zwölf Spiele, sechs Siege, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen. So, das letzte Spiel war ein 1-1 in Köln, davor 2-2. Dann 3-1-Sieg, 3-2-Sieg für den BVB. Dann wieder ein Unentschieden. Und dann am 19.12.2015, also jetzt mittlerweile, auch schon fast sieben Jahre her, gab es die letzte Niederlage mit 2-1. Und wer schießt das Siegtor in der 90. Minute? Für wen? Für Köln. Für Köln. Wahrscheinlich Anthony Modest. Richtig. So, der ist auch weg. Ja, der ist weg. Der ist weg. Und dann kommen wieder, dann war noch ein Spiel verloren und dann gab es wieder ein 6-1-Sieg, 2-1-Sieg, 3-2-Sieg, 1-0-Sieg. Also, das klingt alles nach einem Sieg für den BVB. Also, ich habe das ja auch, ich sage das ja öfter, es gibt so Vereine oder Stadien einfach, wo du gerne spielst, wo es Spaß macht, auch wenn du auswärts spielst, wo du ein gutes Gefühl hast. Das ist ganz komisch. Und andersrum gibt es welche, da weißt du nicht wieso, aber es läuft nicht. Und meistens läuft es dann auch nicht. Also, so Reihen jetzt gefühlsmäßig, würde ich sagen, läuft es ganz gut für den BVB. Jetzt kommen ja vielleicht da noch ein paar dazu. Das ist, glaube ich, neue Infos. Ja, zumindest Brandt und Guerreiro waren jetzt die Woche wieder im Training. Also, Brandt ja nach einem grippalen Infekt, deswegen auch nicht von der Nationalmannschaft abgereist. Guerreiro, Muskelprobleme, sind beide wieder im Training. Ötchan hat ja sich im Derby ein Knochenödem im Fuß zugezogen. Also, war jetzt auch noch nicht wieder dabei im Training. Sieht nicht so gut aus. Schade, der macht einen guten Job, ne? Absolut, ja, ja. Und jetzt gegen den Ex-Club ja auch wie Modest. Das wäre wahrscheinlich nochmal extra Motivation gewesen. Aber es wird wohl auf Kobel gehofft. Ja, das ist gut. Wobei der Alex da hinten drin ja auch im Prinzip gut gehalten hat. Außer jetzt Champions League, da haben wir ein, zwei, drei. Egal. Also, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt, dass man jetzt sagen muss, Gott sei Dank. Ich sage mal so, er macht seinen Job als Nummer zwei halt gut. Macht er gut. Absolut. Das muss man ja auch überlegen von Jan Regensburg und dann in die Champions League direkt. Also, da kann es ja auch nichts jetzt erwarten. Nein, aber Kobel war natürlich schon echt, muss man sagen, ein guter Rückhalter hinten. Also, er hat mir echt super gefallen. Aber ich höre mal, Moukoko irgendwie, Hals verdreht, habe ich gehört, von der U21 zurück. Was war da denn? Oh, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich weiß nur, Rainer wurde... Hals verdreht, Hals verdreht von der U21 zurück. Also, hat nicht gespielt. Okay. Ja, dazu kommt, Rainer wurde ausgewechselt, kurz nach Spielbeginn für die US-Nationalmannschaft. Gut, vielleicht musst du ja auch einfach nur den Flieger kriegen, damit er rechtzeitig in Dortmund zurück ist. Kann auch sein. Kann sein, ja. Na gut, also gucken wir mal. Na, Hase, Hazard ist ja vielleicht auch wieder dabei, muskuläre Probleme hat er gehabt. War bei der Nationalmannschaft aber auch nicht gespielt. Also, kadermäßig ist eigentlich jetzt, sagen wir mal, müsste man sagen, also das reicht. Das müsste reichen, um ein gutes Spiel abliefern zu können. Also, man kann sich jetzt nicht rausreden, dass da jetzt alles den Bach runter geht. Gut, es sind ja auch noch genug Verletzte da auf der Reserve, ne? Ja, ja, eben deswegen. Und ich meine, wie gesagt, auch gegen Schalke war es ja noch schlimmer im Prinzip. Da haben es ja auch rausgebracht. Übrigens, da waren echt ein paar gute Jungs dabei, da muss man sagen. Die haben da echt, Marius Wolf, ne, auf der linken Seite zum Beispiel, hat mir sehr gut gefallen. Bei Marius Wolf, da habe ich jetzt ja auch die Tage gelesen, irgendwie, der muss ja eigentlich auch mal für die Nationalmannschaft nominiert werden. Jetzt, wenn der so weitermacht. Also, tatsächlich, ich meine, ich habe den schon mal gut gefunden als Typ, so, ja. Muss ich ehrlich sagen, also, der hat was. Also, als Mitspieler hätte der mir gut gefallen. Also, von daher, warte mal, da fällt mir noch was ein, was mir noch was, was irgendeiner hier geschrieben hatte. Warte mal kurz. Ach nee, pass auf, jetzt habe ich es gefunden. Ach hier, der Christian Kudewke. Ist Schlotti der Schulz von heute? Kämpft und grätscht bis zum Umfallen. Vielen Dank, Christian. Ja, das wäre schön, wenn das ist. Also, deswegen, ich wollte jetzt auch Schlotti noch erwähnen, weil wir jetzt von den Verteidigern sprachen, von Oetscher und so weiter, Bellingham, die haben das super gemacht. Ja, also, und deswegen, Schlotti da hinten drin jetzt und Hummels in der Situation und dann jetzt gegen Köln, wie gesagt, die haben jetzt ja auch nicht so Megastürmer. Also, ich habe da schon irgendwie ein gutes Gefühl. Obwohl, Schlotterbeck jetzt war ja Nationalmannschaft gegen England. Ja, hat er einen Bock gebaut. Gut, ist egal, pass auf. Ist halt Nationalmannschaft. Über Nationalmannschaft spreche ich gar nicht mehr. Wen interessiert diese Nationalmannschaft? Richtig, richtig. Ist so. Wen interessiert diese WM da in diesem Wüstenstaat? Das auch. Mit einer Woche Vorbereitungszeit und regenbogenfarbenen Bändern, die gar keine sind. Da falle ich echt von einer Ohrmacht in die andere, wenn ich diese ganzen Geschichten da immer höre. Ich schürchte, wir müssen irgendwie in zwei Monaten trotzdem nochmal drüber sprechen. Das lassen wir jetzt dann erstmal. Ja, also ich wollte nur sagen, also zu dem Spiel jetzt gegen Köln nochmal vielleicht abschließen. Also, das Spiel ist von, wie ich finde, eminenter Wichtigkeit. Und zwar, warum ist das so? Das wirst du uns sagen. Florian, ja. Warum ist das so? Es ist so, weil das nächste Bundesligaspiel ist gegen Bayern. Das ist schon gegen Bayern tatsächlich. Ja. Wow. Und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle nochmal. Also Bayern, jetzt im Moment drei Punkte hinter uns. Mal gesetzt den Fall, dass wir jetzt gewinnen. Und Bayern auch. Sind es immer noch drei Punkte. Heißt aber. Es wären dann sechs. Dass beim Spiel drauf dieses berühmte Sechs-Punkte-Spiel dann stattfindet. Und dann kannst du natürlich mal, mal abgesehen davon, dass es sowieso geil ist, gegen Bayern zu gewinnen. Auch für Selbstvertrauen und so weiter. Das ist natürlich dann auch in der Phase, wo die Bayern jetzt sind. Und dann ausgerechnet, du weißt ja, wie heiß die auf Siege gegen Dortmund sind. Leider Gottes spielen sie meistens auch so. Leider Gottes ist es so gewesen in den letzten Jahren. Aber wenn das jetzt mal, also wie gesagt, dieser gegen Köln ist eigentlich nicht mal ein Unentschieden ausreichend. Ich finde, die sollten mindestens diesen Sieg einfahren. Ich meine, gut. Und mehr als ein Sieg geht auch nicht, ne? Bitte? Mehr als ein Sieg geht auch nicht, weil du von mindestens in siehst. Nein, aber um den Abstand mindestens zu halten mit den drei Punkten, um dann nochmal einen draufsetzen zu können im direkten Duell. Das hat auch eine psychologische Wirkung. Und wie gesagt, die Bayern müssen Freitag gegen Leverkusen. Ich meine, die müssen auch mal langsam was tun. Da ist noch alles drin. Jetzt stell dir mal vor, die Bayern kriegen noch einen auf die Nase. Dann haben sie sechs Punkte. Und wenn du dann gegen Bayern spielst, kannst du das auf neun Punkte. Ja, aber dann ist ja schon wieder ein anderer Trainer auf der Bank bei den Bayern. Ja, das ist recht gut. Also dann hat sich das eh alles wieder erledigt. Ja, ja, so weit wollen wir nicht denken. Nein, aber wie gesagt, es ist schon irgendwie von einer eminenten Wichtigkeit, finde ich, dieses Köln-Spiel da einen Sieg zu holen. Wobei, muss ja ehrlich gesagt, wenn wir schon mal das nächste Spiel angucken gegen Bayern, haben wir natürlich wieder das Pech voll auf unserer Seite. Weil Champions League in der Woche davor ist und da wieder wahrscheinlich alles für die Bayern spielt. Ja, genau. Na klar. Die Bayern spielen übrigens am Dienstag vor dem BVB-Spiel, spielen am Dienstag um 18.45 Uhr zu Hause gegen Pilsen. Ach schön, Prost. Ja, genau. Und der BVB muss am Mittwoch um 21 Uhr in Sevilla spielen. Ja. Das heißt, die Bayern können praktisch am Dienstag vom Trainingsplatz gehen. Abends spielen sie schön im Stadion, hauen die Pilsner eben weg, trinken einen Pils dann noch zu Hause und sind am Mittwoch wieder schön auf ihrem Trainingsplatz und können sich dann nochmal schnuckelige zwei Tage auf dieses Spiel vorbereiten. Ja, und der BVB, ja, der ist um 21 Uhr, wann sind die fertig da? Um 11, halb zwölf in Sevilla. Da weiß ich gar nicht, ob die den Flieger da nachts noch kriegen oder nicht. Wahrscheinlich nach Paderborn und dann mit dem Bus. Ja, egal. Also auf jeden Fall, wann sind die zu Hause? Ja, mitten in der Nacht, am frühen Morgen. So, dann bist du erstmal im Arsch nächsten Tag. Dann hast du noch, das ist ja Donnerstag, das ist eben im Arsch, dann hast du noch einen Freitag und dann musst du schon wieder am Samstag ran. Aber die Bayern haben da auch den weiten Weg noch nach Dortmund. Ja, super, super. Die sechs Stunden Zugfahrt. Nein, also das wird echt, ja genau, vielleicht kommen sie ja zu spät, wahrscheinlich kommen sie zu spät, sie sollen lieber ein bisschen früher fahren. Nein, also das wird unterschätzt. Ich kenne es ja aus meiner Zeit auch, diese englischen Wochen und dann, da ist ein Tag in der Woche mehr Pause, das ist schon gut, wenn du den hast. Und wenn du dann noch diese Reisestrapazen nicht hast, also wenn du dann erst in der Mitte der Nacht am Spiel schläfst, dann hast du diese Reise und dann, das ist schon, das haut dich schon ein bisschen aus dem Schuh. Dann hast du wirklich nur einmal noch, dann machst du noch so ein lockeres Aufgalopp-Training und dann musst du schon wieder ran. Also das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Leider, ausgerechnet jetzt beim Bayern-Spiel. Ja, aber es sind ja immer bei den wichtigen Spielen und, naja, aber vielleicht motiviert es dann ja auch nochmal, wie du gesagt hast, eben mit dieser Wichtigkeit dieses Spiels. Also wenn es dann wirklich um sechs Punkte geht. Von was sprechen wir? Ja, wir wissen es ja noch nicht, aber es geht um sechs Punkte. Ja, mit ein bisschen Glück kommen die Bayern schon mit sechs Rückstand nächste Woche. Ja, mein Gott, also, aber wie gesagt, jetzt machen wir schon zwei Stück vom ersten Mal in der Zukunft. Bei unserem Glück gibt es eine Packung in Köln und dann sitzen wir da nächste Woche wieder und fangen an zu weinen. Ja, und dann, gut, das musst du dann mit Matthias wieder ausklarmüseln. Klarmüseln. So, wir gucken noch kurz. Bochum braucht jetzt auch mal den ersten Sieg, allerdings in Leipzig. Ja, können sie von mir aus gerne. Ja. Sehr gerne holen, das meine ich jetzt nicht ironisch, das meine ich ganz im Ernst. Und Tabellenführer Union muss nach Frankfurt, habe ich mir noch aufgeschrieben. Es wird ein spannendes Spiel, glaube ich. Ja, ja. Obwohl, ich sage ganz kurz noch zu Bochum. Allein für unseren, für unseren auch Hauptkommentator, einer unserer Hauptkommentatoren, Lars Gottschalk. Für dich, Lars, ich würde mich freuen, wenn Bochum gewinnt in Leipzig. Es ist nicht so, dass ich Leipzig-Fan bin, ey. Na bloß nicht. Der unterstellt mir immer Sachen, nein, die bin ich nicht, nein. Von mir aus können sie immer verlieren, wenn sie lustig sind. Also ich bin auf jeden Fall für Bochum. Vor allem Bochum jetzt auch mit einem neuen Trainer. Auch die haben an dem Trainer nicht festgehalten. Gut, das war natürlich jetzt, also bei null Punkten irgendwie nach sechs Spielen und vor allem der Situation im Verein. Wir wissen natürlich alles nicht, was da im Detail passiert ist, aber es klang ja alles, ich meine ein bisschen was ist ja meistens dran an diesen Geschichten. Und das war, also die Reise ging da unten. Also da hätte ich jetzt, da würde ich jetzt also dieses von mir vorhin noch ins Spiel gebrachte Konstante festhalten am Trainer, würde ich in diesem Fall, würde ich vielleicht sagen, ja, da bestand vielleicht, nochmal, ich weiß es nicht, aufgrund der Situation im Verein offensichtlich die Notwendigkeit. Weil da schien es ja eben das, auch mit den Spielern oder den Trainern nicht mehr so rund zu laufen. Jetzt haben wir das Beispiel Spanien ja vorhin angesprochen, die Spielerinnen, Gott sei Dank haben die Spieler in Bochum, sind die nicht zurückgetreten, sondern wollten weiterspielen. Und ja gut, also wir wissen es nicht, aber man kann es verstehen bei null Punkten nach sechs Spielen, dass da vielleicht was passiert. Also das muss man einfach mal so akzeptieren. Aber wir halten fest, es ist ein spannender Spieltag wieder. Es ist im Moment eine spannende Bundesliga und es kann auch sehr spannend werden, schon mit Blick auf über, oder auf nächste Woche dann, wenn es zu Hause gegen die Bayern geht. Das werdet ihr dann aber natürlich auch nochmal hier intensiv analysieren und vorbereiten. Nächste Woche dann wieder mit Matthias Scherf und mit Michael Schulz. Und ich würde sagen, ich lege mich jetzt gleich mal hin und trinke noch einen Ingwer-Tee. Du hast es rausgehoben. Ich habe mich durchgebissen, ne? Absolut, also muss ich ehrlich sagen. Mit nur einem Ingwer-Tee. Ja, ich meine, ich habe dich jetzt auch erst ganz kurz davor jetzt in Kenntnis gesetzt, dass du dabei bist, aber das hast du locker gemacht und so. Ich bin gespannt, ich glaube, das ist bei den Fans gut angekommen. Ah, ohne Aufwärmen, ne? Ja, locker vom Locker. Florian, nein, alles Gute, Junge. Gute Gesundheit. Ja, danke, du auch. Komm schnell wieder auf die Füße. Danke, danke. Natürlich. Und dann gibt es die nächste Folge, die Vorstopper, nächste Woche vor dem Bayern-Spiel. Hoffentlich geht es dann um eventuell sechs Punkte Vorsprung. Das wäre doch mal was. Ja, hoffen wir es. Wir hoffen es. Michael, ich danke dir und wünsche dir ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Danke, das wünsche ich übrigens all unseren Zuhörern auch. Ein schönes Spiel gegen Köln und dann freuen wir uns auf die Woche drauf mit Champions League und Bayern. Es wird legendär. Also, bis dann. Bis bald. Ciao, ciao. Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf, präsentiert von Dukom21, Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher?